Also seit meiner Kindheit fasziniert mich die Raumfahrt, die Raketenstarts, der erste Sputnik, dann natürlich die Mondlandung, das hat mich in meiner Jugendzeit unglaublich interessiert und dieses Interesse ist geblieben bis heute und deshalb möchte ich immer auch wieder mit Menschen zusammenkommen, die sich da in besonderer Weise auskennen, Techniker, Physiker, Leute, die auch der Astrophysik nahestehen. Das ist für mich ein ganz spannendes Thema und die Gesprächspartner sind für mich sehr, sehr spannende Menschen. Als ein Physiker habe ich jetzt gerade in den letzten zehn Jahren eine unglaubliche Erweiterung, nicht des Wissens, auch des Wissens, aber vor allem des Fragenkataloges, miterlebt. Wir reden von dunkler Energie und dunkler Materie und auch in der Elementarteilchenphysik. Das ist eine Erfahrung, die wir machen, nachdem wir vieles, viele innere Zusammenhänge verstanden haben, immer wieder neue Fragen kommen, die nach wie vor ohne Antwort sind. Das macht meinen Beruf sehr spannend, aber es ist am Ende durchaus auch ein Thema, das in die Philosophie und die Religion hineingeht. Ich kann mir nicht nur denken, sondern ich habe das selber schon erfahren in meiner Lebensgeschichte, dass sich die Erkenntnisse der Raumfahrt doch so auf uns auswirken, dass wir ein neues Bild vom Kosmos, ein neues Bild von unserer Erde, ein neues Bild auch vom Menschen bekommen, wo er lebt, wo er wohnt. Und die Einzigartigkeit des Menschen wird uns dann noch einmal ganz neu bewusst. Wenn Sie als Astronaut im Raumschiff, im Shuttle oder mit der Soyuz-Kapsel unterwegs sind, das ist eine völlig technisierte Welt und gleichzeitig auch eine sehr sinnliche Welt. Wenn man herausschaut und diese grandiose Erde sieht, dann ist man zunächst mal überwältigt von der Ästhetik, von dem, was man eben wahrnehmen kann. Aber man hat auch ein so volles Arbeitsprogramm, dass eigentlich keine Zeit zur Kontemplation bleibt. Und diese grandiosen Eindrücke und alles, was dann dazugehört, verarbeitet man eigentlich hinterher. Ich hatte eine Weltraummission, die dauerte eine Woche. Ich habe bis zu 18 Stunden gearbeitet. Und ich hatte wenig Zeit, eben solche Fragen zu stellen, über die Wirkung der Göttlichkeit bis in die äußersten Zipfel des Universums. Und, aber man hat trotzdem Momente gefunden, wo man in der Tiefe seiner Seele empfunden hat, dass wohl ein göttlicher Ursprung eben am Anfang war, der Welt, in der wir uns befinden. Die Erfahrung, dass wir nicht alleine sind und dass in der Natur ein übermenschliches Wesen ist, und wenn es eben virtuell nur ist, macht man automatisch im Weltraum. Das heißt, zwangsläufig kommt man zum Glauben im Weltraum. Und das ergibt sich durch die großen Dimensionen, die man auch physisch erfährt, auch mit dem, was man mit eigenen Augen sieht. Und andererseits auch von den Gesetzmäßigkeiten, die man auch erleben muss und darf, die funktionieren, denn sonst käme man als Astronaut nicht in den Weltraum und vor allem auch nicht mehr. Und dass das eine Ordnung ist und eine Regelung, die eigentlich wundervoll ist, das führt einen automatisch zum Glauben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, viele Menschen, die im Weltraum waren, in der Polarisierung dessen, was man an eigener Erfahrung macht im Weltraum, führt manchmal auch dazu, dass man eben sich mehr oder weniger vom Glauben abwendet. So eine Art Erleuchtungserscheinung hatte ich nicht, denn als Physiker hat man dann für manche Phänomene dann doch einige Erklärungen, technischer oder physikalischer Art. Und ich denke, die Gotteserfahrung braucht nicht dramatische Ereignisse, sondern das ist vielleicht auch ein kontinuierlicher Prozess des Lernens, des Erlebens, des Verstehens und auch des Akzeptierens seiner Welt. Im All gibt es Gott als ein Gegenstand neben anderen natürlich nicht. Aber dass das All umfangen ist von, sage ich mal, einer göttlichen Dimension, das ist eigentlich jedem, der sich ein wenig mit der Astrophysik befasst, naheliegend. Gott ist ja kein Gegenstand neben anderen. Wenn wir ihn als Schöpfer nennen, meinen wir ja nicht, dass er irgendwo auf einem Stern sitzt, sondern meinen wir, dass er als personelle Kraft in dieser Schöpfung, in diesem Kosmos lebendig ist, als einer, der das hervorgebracht hat und in dieser Kosmoswelt weiter wirkt. Der Wille Gottes und vielleicht auch die Zufälligkeit oder das chaotische Verhalten des Universums, das eine schließt das andere nicht aus. Einstein soll zwar gesagt haben, Gott würfelt nicht, aber er ist widerlegt worden. Denn diese Chaoserscheinung, das ist Teil unserer Natur, das existiert. Aber das können wir in Teilen sogar auch erklären. Aber bestimmte Dinge eben nicht vorhersagen. Und so gesehen ist der Glaube nicht das Ausschließende, was auch die Wissenschaft anbelangt und umgekehrt. Mit jeder neuen Entdeckung, sage ich jetzt mal als Theologe, als glaubender Mensch, mit jeder neuen Entdeckung wird der Schöpfer größer. Und das Werk, das er vollbracht hat, staunenswerter. Und das hat er vollbracht. Und das hat er einfachen, was auch die Nachricht. Und das ist ein Maß hart. Und das ist ein Maß an. Und das ist ein Maß an. Und das ist eine Maß an. Vielen Dank.